Willkommen zur Woche 11 vom Frequent Traveller Weekend Update. In der heutigen Ausgabe geht es zum Beispiel um den Punktekauf bei Marriott, Punktekauf bei IHG, Punktekauf bei Finnair und zwar ein Resümee in diesem Fall von Finnair selber mit Zahlen, Fakten und Daten. Dann für uns, die wir mögen mit Singapore Airlines zu fliegen und lieben zu fliegen, gerade in der Sweet Class oder in der First Class, gibt es ein Denfer. Die werden weiter ausgesetzt, mindestens bis Februar 2022. Airbus bleibt auch nicht verschont bei Zulassungsproblemen. Der 321XLR verzögert sich bis 2024 wahrscheinlich. Also, das sind so einige Themen, die euch heute erwarten. Aber wartet bis nach dem Intro. Gebt mir erstmal ein Like, Daumen hoch oder ein Dislike, wenn ihr den Beitrag gesehen habt. Wenn ihr ihn mögt, dann helft ihr natürlich, unseren Kanal weiter zu wachsen, zu lassen und natürlich auch Subscribe nicht vergessen, damit wir immer größer werden. Natürlich auch für euch zum Vorteil, damit wir weiter und besser für euch berichten können. Ja, dann geht es doch heute direkt wieder ins Thema rein. Nachdem ich ja in Südafrika war, da ein bisschen unterwegs war, gibt es heute das Update vom Weekend. Und leider an einem Sonntag und nicht wie einem Samstag. So ist es manchmal im Leben und auch nicht live aus Johannesburg wie der Letzte. Aber lasst uns direkt einsteigen in SAS Gold. Ja, SAS-Status-Promo, Gold-Promo mit zwölf Segmenten, die man fliegen muss. Kann man irgendwie so zwischen 600, 800 Euro eher fliegen, wenn man denn das Ganze optimieren möchte. Und das ist dann ein Starlines-Gold-Status. Es gibt nämlich vierfache Status-Punkte und Status-Segmente. Leider sind die Status-Punkte nichts wert, außer für den Status. Also man kann da keine Prämien-Mail oder Prämien-Flüge für einsetzen, dass man damit dann irgendwie weiterkommt. Status-Segmente natürlich auch nicht. Aber das Schöne bei SAS ist ja, dass man auch über die Segmente in den Vorteil von einem Status kommen kann. Nicht nur bei Silber, sondern Gold. Aber auch den Diamond könnte man dann erfliegen. Aktions-Zeitraum ist ab 1. April. Das heißt also, ihr habt noch etwas Zeit, um euch zu positionieren. Und geht dann aber auch nur Mai und Juni. Also das heißt, wir haben diese drei Monate, April, Mai und Juni. Da könnt ihr das dann für euch machen. Die Status-Gültigkeit ist immer so geregelt, dass der angebrochene Restlauf von dem, was ihr da habt, weil wenn ihr euch anmeldet, fangen die zwölf Monate an zu laufen. Ist also nicht jährlich, wie zum Beispiel bei Lufthansa-Malz im Moor. Dann könnt ihr ganz einfach diese von da aus dann maximal 24 Monate mit dem Gold-Status bestücken, wenn ihr es optimiert und clever macht. Also insofern da einfach mal schauen. Restlaufzeit plus mindestens zwölf Monate. Heißt also nochmal ganz klar zusammengefasst, mindestens zwölf Monate oder 24 Monate ist der Status gültig. Ja, was gibt es zu beachten bei der Promotion? Es gilt nur auf Flügen mit der SAS. Das heißt also, oder weitere. Also ihr müsst da ganz klar dann halt mit SAS fliegen. Nicht mit der Lufthansa, nicht mit anderen Starlines, weil da gibt es zwar auch die Status-Milen, beziehungsweise die Meilen, die es für die Tierpoints gibt und so weiter, aber nicht in der vier-vierfachen Version für die Segmente. Also insofern immer auf SAS buchen. Es macht ja auch Sinn. Die wollen natürlich auch das Geschäft für sich selber verbessern. Wenn man sich das Ganze jetzt anguckt, dann bräuchte man rein theoretisch, wenn wir uns von den Segmenten her das mal anschauen, wie viel man normalerweise braucht, braucht man für den Goldstatus 45 Segmente. Und ihr habt jetzt festgestellt, ja, vierfach, teile ich durch vier. Das sind dann einfach halb, halber, dann mindestens zwölf Stück, die ihr fliegen müsst. Und was kann man machen? Man kann innerhalb von Schweden, Norwegen und so weiter fliegen. Das sind die günstigsten Segmente, die man bekommen kann. Heißt also, wenn ihr diese holt, dann habt ihr ein Segment für 50 Euro. Ist natürlich da also mit etwas Zeit verbunden und man muss dann wirklich auch in Schweden oder in Norwegen vor Ort sein. Ist mit den kleinen Maschinen. Aber ist ja auch ganz lustig. Was gibt es zu dem Status zu sagen? Ich selber als ehemaliger Sassgold, weil ich ja jetzt Senator bin, ist es so, dass der Status eigentlich nicht nur einfach zu erreichen ist, sondern jetzt noch einfacher zu erreichen ist. Und für den Zweck, den ihr braucht, wenn ihr wirklich damit nur in die Lounge wollt oder aber da eine bessere Abgeltverfügbarkeit haben wollt, bei der Lufthansa-Gruppe zum Beispiel, dann macht es durchaus Sinn. Und ist auch einfacher zu erreichen als der Senator-Status. Das muss man ganz klar sagen. Aber wie gesagt, denkt dran an die drei Monate. Wer uns heute beglückt hat mit einer Aussicht auf seine Promotion oder einem Ausblick, Einblick, wie nennt man das einfach, von Finnair, die hatten halt den Sale im November 2022. Da habe ich auch zugeschlagen. Habe 300.000 Punkte gekauft und habe 75.000 Tierpoints bekommen. Das waren also fast mit 80.000, die man braucht, der Gold-Status. Bin aber selber mittlerweile Platinum, aber ohne die Punkte umzuwandeln. Und Finnair hat uns damals mal so ein bisschen Einblick gegeben. Man konnte ihm so für ungefähr 1.150 Euro den Status dann erkaufen. Also den Sapphire-Status, was die Goldkarte ist. Und diese hat man dann über den Weg, dass man die Plämien-Meilen umgewandelt hat in Statusmeilen, die fehlten, konnte man das dann einfach machen mit dieser Ratio und konnte auch rein theoretisch da auch den Platin-Status sich holen. Mit den Meilen war in meinen Augen aber zu teuer. Ich bin selber dann erflogen. Und Finnair hat uns da halt ein Insight gegeben und sie haben gesagt, das wäre der erfolgreichste Verkauf, den sie je hatten. Und damit ihr mal eine Zahl gehört habt, man hat gesagt, dass 3.000 Mitglieder von diesem Angebot gebraucht haben und haben 72.000 Prämienpunkte im Durchschnitt gekauft. Dann könnt ihr ausrechnen, wie viel Geld die damit gemacht haben. Und es wird wohl bei den Sweetspots gelegen haben, wo man halt die Meilenwerte erhöht bekommen hat. Und Finnair hat gesagt, The November Points Campaign was our most successful ever by some distance and showed that members are very hungry to invest in future travel and status despite the current situation. Das heißt also, Finnair sagt ganz klar, dass Status, aber auch Reisen einen sehr, sehr hohen Stellenwert im Moment immer noch haben, obwohl durch die Corona- und die Covid-Pandemie die Möglichkeiten sehr begrenzt sind. Und das zeigt auch das, was ich sage, die Leute wollen reisen. Da einen kleinen Schwenker nochmal zur Eurowings. Die haben ja auch festgestellt, dass Mallorca, aber auch die Balearen, andere Ziele, die nicht mehr jetzt eine pandemiebedingte Quarantäne bedeuten, dass man da dann jetzt die Leute wieder vermerkt in Urlaub fliegen sieht. Und das ist natürlich etwas, was das unterstreicht in meinen Augen. Was nochmal bei der Finnair sehr schade ist, ist einfach, dass die Finnair da nicht gesagt hat, ob sie das wiederholt, weil vielleicht wäre es für den einen oder anderen ja noch interessant, das Ganze zu machen und mitzunehmen. Das Einzige, was die Finnair bei dem Status bis jetzt gemacht hat, ist bei mir zum Beispiel der Zeitraum zum Sammeln verlängert. Also ich habe jetzt irgendwie noch 16 Monate, wo ich sammeln kann, um den Status zu bekommen. Normalerweise sind es ja 12 Monate und er läuft schon einige Monate. Also insofern, das ist das, was bei den Fluggesellschaften und bei den Hotels passiert. Statuspunkte kaufen, werde ich auch gleich nochmal darauf eingehen. Auch vorher noch ein Thema von Airbus und das habt ihr ja im Intro gehört, ist die A321XLR. Das ist ein Fall am Tag, aber was ist das denn? Ganz einfach, das ist die Extended oder Extra Long Range. Das ist die Variante, die über den Atlantik fliegen soll und nur ein bisschen weiter. Das ist ein A321er von außen. Ganz sieht ganz genau so aus. Man erkennt auch von außen relativ wenig die Unterschiede, wenn man da nicht so ein Fetischist ist, wie ich es bin, die Flugzeuge. Und da sind zum Beispiel von 24 Fluggesellschaften sogar 450 Airbusse, A321XLR vorbestellt worden. Und diese Vorbestellung ist halt so, dass diese Fluggesellschaften, die wirklich für diese Strecken benutzen wollen, also zum Beispiel Boston nach London und dann vielleicht noch weiter oder aber vielleicht wird dann möglich sein, mit der Lufthansa von Frankfurt aus nach New York zu fliegen. Und da gibt es in dem Segment, wo normalerweise unten die Container reinkommen, gibt es Tanks. Und diese Tanks haben anscheinend da ein Problem. Boeing ist da lustigerweise auch drauf eingegangen. Vielleicht habt ihr das in einem unserer Clubhouse-Talks miterlebt, wo wir uns auch jeden Abend treffen auf Clubhouse um Viertel nach Acht. Wenn ihr noch keinen Clubhouse-Zugang habt, schickt mir eine Nachricht über WhatsApp. Ihr habt meine Socials in den Shownotes. Da kann ich euch dann noch einen Zugang zu Clubhouse schicken. Das nur am Rande. Ja, und des Weiteren, wie unterscheidet das sich noch? Das Fahrwerk ist verstärkt worden. Zum Beispiel, man hat noch ein paar andere Verstärkungen eingebaut, damit man bei dem Flugzeug auch wirklich dieses höhere Startgewicht realisieren kann. und dieser Rumpftank, der halt den Extrasprit drin hat, der ist in der Tat halt ein Problem. Und deshalb kann es passieren, dass die Zusatzung sich verschiebt und verlängert. Also schauen wir einfach mal nach, was da passiert. Ich persönlich freue mich, wenn das Flugzeug eine ordentliche Innenausstattung hat. Und da finde ich diese Jet-Mint-Geschichte mit dieser Suite, die erste Reihe, die finde ich top. Also wenn das kommen würde, würde ich überlegen, vielleicht doch ein cooles Flugzeug. Aber ansonsten bin ich sehr skeptisch, wenn das diese Economy hat. Und dann musst du halt sechs Minuten, äh, sechs Minuten, sag ich schon, sechs Stunden in dieser Röhre hocken. Das ist schwierig mit so einem Narrowbody, weil wir wissen alle, wie das ist. Also das ist nicht schön. Was aber schön ist, ist Austrian Airlines hat den Vertrag mit Du und Co. verlängert bis 2027. Genau, sie machen das schon seit 2007. Mit Du und Co. Und ich finde, dass die Austrian bei der Lufthansa-Gruppe das beste Essen hat. Ich weiß, wir haben uns sehr lange darüber aufgeregt, über diese Economy Class Buy-on-Board-Geschichte. Bei den Österreichern hast du jetzt Austrian-Melange. Bisschen so Wiener. Ich weiß gar nicht, ob Melange. Also ich will da keinen offenden, aber ich kann es halt nicht aussprechen. Sorry. Wenn wir einen Wiener haben, schick mir eine Nachricht, vielleicht so als WhatsApp-Voice-Nachricht. Und dann kann ich das vielleicht einbauen mit der Wiener Melange. Also ich finde das sehr, sehr gut. Die haben auch Wiener Schnitzel, was man kaufen kann. Aufflügen ab 60 Minuten. Und es wird halt wirklich auch die Business Class weiter von Du und Co. gecatert. Bei anderen Fluggesellschaften, Ex-Wien, zum Beispiel Emirates, benutzt ja auch Du und Co. Top. Also Du und Co. mit Attila, mit seinen Jungs. Das ist echt schon eine coole Geschichte. Freue ich mich drauf, dass das weiter geht. Jetzt der Punktekauf mit Marriott. Es gibt einen Rabatt von 50%. Angebot gilt bis zum 22. März. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit. Minimale Anzahl der Punkte sind 1.000 Stück, die ihr kaufen müsst für 12.050 US-Dollar. Oder aber maximal bekommt, ihr könnt ihr kaufen 100.000. Dann kriegt ihr aber auch diesen Bonus mit 50.000 Punkten, also 150.000. Und damit seid ihr bei einem Preis von 83 Dollar Cent. Und das ist einer, der im Bereich schon der besseren Verkäufe ist. Und um in den... Es ist so viele Zahlen, die man sich merken muss. Ich habe es natürlich hier auf meinem Fuschzettel. Deshalb noch mit Zunge... Gelockert. Also, 1.000 Punkte können ihr kaufen mindestens, aber da gibt es noch keine Verdoppelung. Erst ab 2.000 gibt es die 50%, also die 1.000 bis maximal 100.000 und 50.000 Punkte. Normalerweise ist es ja in der Tat so, dass 100.000 die maximale Grenze sind, die man kaufen kann. Somit heißt das dann, wenn ihr 100.000 Punkte kauft, 50.000 Bonus-Punkte bekommt, dann sind das 1.250 US-Dollar, was also 83 US-Dollar Cent oder 70 Euro Cent bedarf. Gibt noch einen kleinen Disclaimer zum Punkte-Kauf. Den gebe ich euch aber erst, nachdem ich euch die Promotion von IHG vorgestellt habe. Bei der IHG gibt es 100% Bonus. Das Angebot ist ein bisschen kürzer als bis zum 16.000. Also, ihr habt nur noch zwei Tage Zeit und den Rest von heute, wenn ihr das Video seht. Also, der 16. März 2021. Wenn ihr es später seht, dann ist es leider vorbei. Insofern, 1.000 Punkte für 13 US-Dollar 50. Maximale Anzahl sind 150.000 Punkte. Dann könnt ihr nochmal 150.000 Punkte als Bonus dazu haben. Heißt also, für 1.500 Dollar bekommt ihr 300.000 Punkte. So ist es jetzt korrekt. Heißt also 50 Dollar Cent pro Punkt. Und das ist der beste Preis, den es gibt. Aber ich denke, da kommt vielleicht nochmal was, weil die natürlich da was machen wollen. Ihr könnt ja bei IHG eh immer Punkte kaufen, aber das ist dann immer so ein Preis von 1,35. Also, nicht ganz so prickelig, wie ihr hier gerade seht. Also, das ist das Dreifache. Und insofern ist das schon ein wesentlich günstigerer Umrechnungskurs. Und dann gibt es halt die Stufen 1.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 150.000 und dann halt die 100% dazu. Und normalerweise gibt es auch eine Kappung, aber hier ist jetzt maximal der Kauf von 300.000 Punkten möglich. Und jetzt kommt es wie immer bei Punkteaktionen, der Disclaimer. Wann macht es Sinn, Punkte zu kaufen? Immer dann, wenn ihr einen Use Case habt. Das ist etwas, wenn ihr die benutzen wollt. Also, wenn ihr Punkte billig einkauft und dann für eine teure Nacht, wie zum Beispiel bei Borneway Ritz-Carlton benutzt. Oder bei IHG, da gibt es ja auch Hotels, wo ihr sie benutzen könnt, wo es durchaus Sinn macht. Ich persönlich sehe im Moment keinen Sinn, da drin Punkte zu horten, weil die Hotelraten, die sind alle so schweinegünstig im Moment. Und es gibt auch keine Zinsen. Und wer weiß, ob vielleicht wird das Programm ja auch devaluiert. Das heißt also, die Nächte werden teurer. Hyatt hat ja auch zum Beispiel ein paar Verschiebungen, obwohl sie nicht so viel machen wollten zwar. Es waren auch nur, glaube ich, fünf oder sechs Stück, die nach oben gegangen sind. Eins, zwei, drei. Also auch wieder eine Handvoll hier runter. Aber es war nichts Aufregendes, wie man es so kennt. Deshalb also wirklich, wenn ihr einen Use Case habt, dann könnt ihr es machen. Ansonsten empfehle ich es einfach nicht. Wenn ihr Fragen habt zum Punkte-Kaufen, wenn ihr Fragen habt zu meinen Status, aber auch Punkten, fragt mich gerne über WhatsApp oder schreibt es einfach unten in die Kommentarspalte rein. Und nun geht es weiter mit dem letzten Thema, was wir heute in unserem Weekend-Update Nummer 11 haben. Das ist das RKI. Damit schließe ich ab. Und seit heute, dem 14. März, gelten auch wieder neue Virusgebiete. Und zwar neue Hochinzidenzgebiete sind die Republik Moldau und Tansania. Also das ist ein Hochinzidenzgebiet. Tansania erinnert euch, Sanzibar, wo die Leute alle hingeflogen sind, weil da nichts war. Also der Präsident hat da anscheinend Pech gehabt. Neue Risikogebiete sind Finnland, Frankreich, einige Übersieddepartements, Guadeloupe gilt nun auch als Risikogebiet. Portugal mit der Algarve, Lissabon, Autonome Region, Madeira gelten nun auch als Risikogebiete, waren aber vorher Virusvariantengebiete. Also es ist im Prinzip ein Downgrade. Und Portugal gilt also, wie gesagt, nicht mehr als Virusvariantengebiet. Also könnt ihr da etwas entspannter vor euch hingehen. Aber denkt immer dran, Maske und so weiter ist ganz wichtig. Und dann sind noch einige Gebiete als Risikogebiet downgegradet worden. Das waren die Bahamas. Also das heißt, die ganzen Bahamas, alle Inseln. Dänemark, die Region Nordjylland gilt nicht mehr als Risikogebiet. Portugal sind die Regionen Alejandro, Centro, Norte sowie die Autonome Region Azoren nicht mehr als Risikogebiete geführt. Also da hat man dann auch wieder was gewonnen. Und Spanien, das ist das, was ich sagte. Balearen, La Rioja, Morcia, Valencia, La Mancha, also die Castilla, La Mancha und Extremadura. Ich hoffe, ich habe das alles ordentlich betont. Also insofern hoffen wir, dass das bis Ostern durchhält, damit ihr auch in Urlaub fliegen könnt. Spanien und so weiter mit den Balearen. Top Ziel mit Sonne. Ich wünsche es und ich hoffe es für euch. Schreibt mir auch in die Show Notes rein, ob ihr reisen werdet, wann ihr reisen werdet, wie ihr reisen werdet. Einfach unten reinschreiben. Danke, dass ihr heute dabei wart bei der Weekend Update Nummer 11. Ich hoffe, ihr habt euch informiert gefühlt. Und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Ausgabe dabei seid. Vielleicht wieder einen Reisebericht, den ich euch reinstreue, wo wir in Johannesburg waren. Wir, das sind Tobias und ich. Also bis bald. Ciao und danke, dass ihr dabei wart.